Was in dieser Folge passieren wird? Wir hatten by the way von 4 und sind 8 Zehntel langsamer als bei Teleboten. Wir kaufen für den fantastischen Start, wir ziehen hier an beiden vorbei und keine Ahnung was seins gemacht hat, aber zick zack hoffe ich will da links in den Namen probieren und merke das geht nicht ganz, aber er geht hier weit und wir können da einfach hin vorbeigehen, aber ich denke mal auch, dass die Routenreifen komplett am Ende waren. Und damit ein herzliches Willkommen hier in unserer FN23, meine Teamkarriere mit Audi, wir sind in Season 4 und ja, Mission Titelverteidigung, es ist ein komplett random Kalender, 16 Rennen und deswegen treibt es uns heute an den Sunshine State, 25 Grad ist okay und ja, wir gucken uns natürlich mal Miami an, hier in Florida, 5,4 Kilometer, 19 Kurven, 2D-Rest-Zonen machen das Ganze sehr, sehr genial und ja, die Strecke hat in der Vergangenheit immer gezeigt, gerade bei uns hier in der Karriere, wie toll dieser Endsektor ist, dieser Mickey Mouse Sektor. Wir gehen jetzt mal hier in unsere Qualifying-Runde rein und da wird es eine komplette Überraschung geben, aber jetzt mal hier rein. Erste Kurve ordentlich erwischt, wir fahren mit TSC Mittel und selbst schalten und Bremshilfe aus, let's go, hier 50.000 gefunden, das ist gut, erster Sektor ist jetzt eher diesen Sektor, den ich gerne meide, denn ich bin kein großer Fan davon. Ja, hier auch ein bisschen zu weit rausgekommen, oh, der Körper gar nicht gut, das war alles eher semi-gut, der Exit hier ist wichtig, da nehme ich auch den Körper ganz schön mit und verliere trotzdem unnormal viel Zeit. Eine halbe Sekunde habe ich im ersten Sektor liegen lassen, der liegt mir, aber ich denke mal auf dem Auto jetzt nicht zu 100%, jetzt geht es hier durch diesen Mittelsektor durch und ich male mir eigentlich immer im Endsektor, also gerade hier in diesem Mickey Mouse Sektor, ab dieser Passage male ich mir eigentlich immer eine gute Chance aus, denn hier ist es immer ziemlich cool zu überholen und auch ziemlich cool generell Zeit zu finden, denn man kann hier so genial die Körbe schneiden. Guckt euch mal an, wie viel Zeit wir gewonnen haben und das sind fast eine halbe Zehntel, das ist Purple im Mittelsektor. Wir sind nur noch eine Zehntel, langsam als Carlos Sainz Junior, jetzt wird es aber mal spannend, denn wo werden wir landen? Es ist nur eine Zehntel, doch das lila Mittelsektor, das macht mich natürlich extrem glücklich, sehr spät auf der Bremse, weit rausgekommen, da haben wir ein paar Tausendstel liegen lassen, aber all in all war das eh okay, es war nicht die beste Runde, wir gucken uns mal an, wo das Ganze sein Ende finden wird. Schauen wir mal in der Startup-Stellung und da ist auf jeden Fall zu sehen, dass es wirklich Hardcore ist. Valtteri Bottas war eine halbe Sekunde schneller wie wir. Wie ist das bitte möglich? Wie ist das möglich? Eine halbe Sekunde schneller wie der zweite Platz. Ich will gar nicht wissen, wie schnell. Wir starten bei der UE4 und sind 8 Zehntel langsamer als Valtteri Bottas. Also da ist eine Klaffe von 8 Zehntel, das ist wirklich eine Menge Holz. Theo Pocher, Gasly, Tsunoda, Magnussen, Joe Albon, Duhan, Sargent, De Vries und Liam Lawson. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Eine letzte Startreihe von AlphaTauri, das ist wirklich traurig, aber jetzt geht es mal los hier. Startplatz 4 war wirklich mega strong, auch wenn ich noch nicht ganz über den Vorspruch mit der McLaren da im Ganzen bin. Und wir haben hier einen bombastischen Start, wir ziehen hier an beiden vorbei und keine Ahnung, was Sainz gemacht hat. Aber wir sind hier tatsächlich, konnten hier den Reifenvorteil maximal ausnutzen und ziehen da einfach vorbei. Ich weiß wie gesagt nicht, warum Carlos Sainz so Probleme hatte. Der war wirklich vom Start her noch besser wie wir dran, konnte aber diesen Vorteil nicht ausnutzen. Aber eins ist auf jeden Fall sehr auffällig. Ja komm, wir werden ihm die Strecke, eins ist auf jeden Fall sehr auffällig. Die McLaren sind unheimlich schnell. Also das könnte ein sehr spannendes Rennen werden, da bin ich mir nahezu sicher. Und ich glaube auch am zweiten Seat, wenn man da jetzt wirklich nichts mit der Strecke verkackt, werden die uns unnormal, ja, Feuer unter der Hintermache machen. Jetzt aber mal, boah, da müssen wir uns jetzt schon verteidigen und das in Runde 1. Da können wir aber noch easy going vorbei, es gibt ja auch noch kein DRS und ja, keine Überholhilfen. Da können wir noch ganz knapp vorbei, jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an. Denn die war wirklich ausschlaggebend für das heutige Troprennen. Unser Start war wirklich bombastisch und der McLaren hat da die Tür zugemacht und ja, Sancy war komplett verwirrt. Wir konnten da einfach vorbeiziehen. Also wirklich, ich hoffe natürlich, dass irgendwie die nächsten 1-2 Runden unser Vorteil bomben wird und wir dann einfach hier vorbeigehen. Dann war hier das erste Mal schon, dass Stroll gesagt hat, hallo, ich bin auch da. Ja, aber da konnten wir noch wehren, da bin ich echt, wie gesagt, sehr, sehr weit. Ich habe den Körper berührt, das ist vielleicht ein Fehler gewesen und bin dann hier weit neben die Strecke gekommen. Konnten aber beide hier easy durch, wir haben uns gut Platz gelassen. Und es ist, ja, eine Strecke, glaube ich, die dem McLaren sehr, sehr gut liegen zu scheint. Also die sind auch als Team sehr, sehr strong. Das Qualifying, wie gesagt, da bin ich immer noch nicht drüber hinweg. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wie stark die sind, beide hier aufgefächert. Wir konnten hier uns da gut wehren, aber da kommt dieser Wow-Moment, denn hier bin ich ein bisschen zu weit über die Strecke. Da geht es, weil ich nehme die Strecke, da hat es eine Verwarnung gegeben. Aber ja, wenn du pushen willst oder musst, dann musst du pushen. Wir sind in Runde 2 und ich glaube, schon langsam funktioniert unser Reifen ein Ticken besser als die McLaren. Und ich habe natürlich den großen Vorteil, dass gleich beide McLaren hinter mir die gleiche dumme Strategie gewählt haben. Und so ist es jetzt auch im vierten Runde. Wir sind 3,3 Sekunden vorne und ich kann mein Glück kaum fassen, denn die machen so ein bisschen den Türstopper. Ich meine, ich verliere jetzt mal immer ein bisschen Zeit im ersten Sektor, kann aber im letzten wieder kontern. Und so bleibt auch die Rundenzeit immer so konstant um die dreieinhalb Sekunden. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger, dann wieder ein bisschen mehr. Natürlich, ich glaube, der erste Stint wird jetzt nicht, können wir nicht so lange rausziehen. Und es sind 20 Runden, wenn wir reingehen, siebte, achte Runde, also spätestens. Aber wie gesagt, die McLaren haben das sehr dumm gemacht. Und seien es jetzt natürlich jetzt so ein bisschen, beziehungsweise alle mit den roten Reifen hinter die McLaren, sind so ein bisschen die Verlierer. Denn die verlieren so viel wertvolle Zeit im All-in-All-Battle gegen uns in erster Linie, aber auch gegen die Hinterleute. Das ist wirklich echt blöd gelaufen für Sainz, der hätte sich da beim Start an immerhin Botos vorbeisetzen müssen. Denn sie geben sich so ein bisschen gegenseitig, es ist schwierig, nein, Windschatten geben sie sich gegenseitig. Die RS gibt Botos Troll auch noch und Sainz kann eigentlich da nur blöd durch die Wäsche schauen, denn er kommt da nicht vorbei. Das ist wirklich sehr, sehr bitter. Die Performance der McLaren auch hier im Game unfassbar stark. Wir sind in der sechsten Runde und was soll ich sagen, es ist wirklich ein Rennen, das im Qualifying entschieden wurde, meiner Meinung nach. Aber im Rennen hier komplett anders aussieht als im Qualifying. So Rennen hatte ich schon lange nicht mehr. Also wir hatten schon ein paar Rennen, die sehr weird waren. Aber dass wir hier gerade im Qualifying abbeißen, also wirklich abbeißen, 8 Zehntel. Und jetzt der Botos nicht mal hier mit dem, ja, jetzt vermutlich schon besseren gelben Reif von uns da das Wasser reichen kann. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. CSC Mittel ist hier in Miami gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich bin nicht der beste Miami-Fahrer, das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Denn Miami war jetzt noch nie so meine Lieblingsstrecke. Ich dachte mir aber trotzdem, ich nehme sie mir ein bisschen als Challenge, denn es ist auch eine geile Strecke zum Vibe. Und jetzt sind wir in der achten Runde. Ja, wir haben schon ein bisschen Zeit verloren auf Botos. Jetzt gehen unsere Reifen schon allmählich ein. Apropos eingehen, da steht einer rechts. Das war ein Alphatari. Keine Ahnung, wer das war. Kann, wow, leichter Pendler hier, da geht es neben die Strecke. Aber jetzt bauen die Reifen rapide ab. Und ich werde mal gucken, jetzt in der achten Runde reinzugehen. Und ja, ich gehe 9 bis 15, ist das Petro in der Open. Doch ich glaube, der Vorsprung schmilzt immer mehr. 1,8 Sekunden sind sie jetzt nur noch auf Botos. Und da gehen wir jetzt mal rein, ziehen die Reislein. Ich glaube, 12 Runden mit den gelben Reifen sollten easy drin sein. Da geht es rein mit 74 kmh. Bitte Jungs, verkackt es nicht. Unser Motor ist schon ein bisschen kaputt. Bei 16 Rennen und 4 Motoren insgesamt dürften wir, nein, warte mal, wie viele Motoren haben wir? 4, ja. Bei 16 Rennen dürften wir theoretisch erst nach dem 4. austauschen. Sprich, da müssten wir noch ein Rennen warten. Das ist erst das, dann warte mal, Australien, China. Ja, das ist jetzt erst das Dritte. Ähm, müssen wir noch eins warten. Da, da kommen wir gut raus vor. Yuki, das ist natürlich wichtig. Haben auch ein bisschen Zeit, um unsere Reifen hier, ähm, ja, in die richtige, ins richtige Fenster zu bringen. Müssen nicht direkt pushen. Ja, der Yuki wird zwar ein bisschen angreifen, aber, ja, das ist jetzt, ja, das weitere nicht störende Reifen sind zu kalt. Da probiert es Yuki nicht mal. Nein, das geht sicher nicht aus. Unser Exit spricht auf jeden Fall Bände. Die gelben Reifen, die wirken. Und ja, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was die anderen vorhaben. Sollten die McLaren auf Rot gehen, muss ich natürlich umso mehr pushen. Sollten sie jedoch eine dumme Strategie wie weiße Reifen wählen, dann habe ich natürlich den Jackpot, weil dann werden die McLaren bestimmt nicht auf 2 und 3 kommen. Hier ist jetzt erst der Banocon, Runde Nummer 10. Wir sind ganz, ganz knapp dran. Ich bin übermotiviert, wie die... Okay, ich bin sehr übermotiviert. Jetzt geht es hier rein in die Zickzackhofer. Ich will da links in den Arm probieren. Und merkt, das geht nicht ganz, aber er geht hier weit. Und wir können da einfach hinten vorbeigehen. Aber ich denke mir noch, dass die Routenreifen komplett am Ende waren. Es gab keine Berührung. Aber vielleicht wollte er so ein bisschen die Kollision vermeiden. Ja, ich habe auch sehr spät realisiert, dass sich das innen nicht ausgeht. Bin dann quer nach außen gezogen. Und dann ist er da vielleicht ein bisschen beeinträchtigt von uns. Da vorbei. Ja, hat da ein bisschen das Lenkrad verrissen. Jetzt ist Philippe Massa da vor uns. Das ist natürlich auch bitter für ihn. Ich meine, wir sind eigentlich nur ein paar Plätze auseinander gestartet. Und wir waren ohne Boxenstop jetzt schon wieder auf seinem Niveau. Ja, aber wir waren mit Boxenstop jetzt schon wieder auf seinem Niveau. Und jetzt waren die ersten in der Box. Und Lance Troll geht immer noch nicht rein. Bottas war drin. Und Sands hat da sozusagen den Undercut gewagt oder geschafft. Mit den vermutlich schlechteren Reifen. Und gucken wir uns das Ganze noch einmal an hier gegen Esteban Ocon. Und wir jagen ihn so ein bisschen durch Runde 10. Und ich habe da auch meine Chance gemerkt. Die RS war hier offen im Mittelsektor. Und da ist es auch sehr, sehr cool. Du kannst so schön dich dran saugen. Und wenn du das die RS aufklappst, brauchst du auch kein EAS und so weiter. Dann ist es einfach schön, das Ganze hier ziehen zu lassen. Da wollte ich eine andere Linie fahren. Dachte mir vielleicht, geht da außen was. Aber das hat nicht gereicht. Wollte hier so ein bisschen rein. Ist sich nicht ausgegangen. War aber, wow, da gab es die leichte Berührung mit der Mauer, mit dem Vorderreffer. Aber ich würde mal sagen, da war eigentlich alles korrekt. Stroll, Pairas und auch der zweite McLaren. War noch nicht drin. Vielleicht sehen wir auch, auf welche Reifenstrategie Valtteri geht. Also bei neun Runden remaining würde ich save auf rot gehen. Bottas geht auf. Na, na, nein. Bottas geht auf weiß. Und ruiniert sein Rennen damit. Das ist natürlich sehr gut für uns. Aber natürlich, das ist so dumm, Mann. Wie kann man so blöd sein bei McLaren? Ich hoffe, dass man wenigstens beim anderen Jude die roten reifen will. Ich glaube, da ist eh nicht viel verloren. Weil, ja, Stroll ist jetzt nicht so der beste Fahrer, würde ich mal sagen. Und ja, Stroll ist auch in der Box drin. LeClaire war auch drin. Also wir werden gleich die Führung übernehmen. Sind jetzt mit 5 Sekunden Vorsprung zu Sainz. Ja, circa auf dem gleichen Niveau wie vorhin. Also vorher waren sie ja zu dem McLaren 1,9. Aber zu Sainz waren es die ganze Zeit um die 4 Sekunden. Also 3 Sekunden, glaube ich, zum Schluss dann nur noch. Aber ja, das war jetzt nicht der größte Undercut. Das war jetzt wirklich nur, weil die Reifen abgebaut haben. Wir hatten auch Megaverkehr mit Gaslimit. Und mit Massa, die waren ja auch alle vor uns. Und es ist eigentlich noch okay, würde ich mal sagen. Aber, ja, eine Sekunde hat Stroll schon verloren. Ich glaube mal, dass der sogar weit hinter Bottas zurückfallen wird. Und ich denke mal, dass man bei dem auf jeden Fall Risiko gehen muss. Also wenn der wieder kein Rot drauf gibt, dann ist es sehr kritisch. Dann sehe ich die Chancen von McLaren heute unnormal kritisch. Denn, ach, das wird dann nicht funktionieren. Denn, dass die dann vielleicht sogar über Punkte holen. Also das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Gucken wir mal, auf was der Strolleyboy geht. Auf was geht Stroll? Auf Ruth. Gut. Der wird auf jeden Fall eine Konkurrenz sein für die schnellste Rennrunde. Aber, ja, die sollte sich die holen. Der hat sowieso so viele Punkte heute verloren durch diese dumme Strategie. Ah, ist vor Stroll? Nein. Nein, nein, nein. Der fliegt sogar hinter dem fünften Platz zurück. Also, da kannst du komplett vergessen, was für eine dumme Strategie das war. Das ist wirklich einfach nur unnötig gewesen. Sainz sie auf den zweiten Platz. Russell dritter jetzt. Botas und dann deklaert. Er hat auch ordentlich am Platz verloren. Sainz hält die Pace. Das bin ich echt in... Das bin ich... Ja, da... Das verwundert mich ein bisschen. Also, mit den gelben Reifen funktioniert unser Auto nicht so gut. Und auch Botas kann sich gut halten. Sainz ist aber mit knappen drei Sekunden Rückstand auf Russell. Ja, eher so in Mauerschlag-Distanz. Also, da geht kaum was. Im ersten Sektor bin ich auch zu schwach. Äh, da geht kaum was. Und da verliere ich auch eine halbe Sekunde auf Sainz. Hier fast eine Sekunde. Das ist wirklich dann sehr, sehr, sehr... Das ist wirklich, ja... Da muss ich auf jeden Fall noch an meiner Pace dran arbeiten. Aber... Ich hoffe natürlich auch, dass vielleicht Sainz und Russell in Fight kommt. Die sind nur 13 auseinander. Und sind jetzt auch im DS-Fenster. Also, zumindest Russell in Sainz seien. Und ja, da können wir vielleicht auch hoffen, dass da was funktioniert. Jetzt hier durch den engen Mickey Mouse Sektor durch. Es geht aus der engen Schikane raus. Und das ist mal, ja, sozusagen die komplette Runde gewesen. Wir sind jetzt wieder bei 5, 5, 2 Sekunden. Jetzt auf der Gerade bin ich gespannt. Es ist ein bisschen größerer Abstand von Sainz zu Russell. Wir sind in Runde Nummer 9 sehen. Und es hat sich nicht mehr viel getan, außer das Russell. Halleluja! Direkt mal gucken, ob der Flügel nicht kaputt ist. Gott sei Dank nicht. Nicht. 3 Sekunden ist Sainz jetzt nur noch hinten. Und ja, schon allmählich. Ja, da berühre ich den Flügel. Da müssen wir... Ey, keine Verwarnung. Ja, allmählich müssen... Oder zieht Sainz die Pace unnormal an. Strolls Strategie hat funktioniert. Der ist jetzt wieder auf dem 5. Platz. Aber ohne 0 hat man 2 Positionen hergeschenkt. Oder bei Stroll sogar 3. Also, das ist wirklich sehr, sehr bitter für McLaren. Aber die werden natürlich auch als beste Teamleistung heute fett Punkte mitnehmen. Denn sie nehmen mit dem 4. und 5. Platz da wertvolle Punkte mit. Und jetzt kämpfen auch Russell und Sainz, das ich mir eigentlich von Anfang an gewünscht habe. Die verlieren aber kaum Zeit zu uns. Also, es waren bis jetzt gerade mal 3 Zehntel. Und ich denke aber trotzdem, dass unser Win heute sehr, sehr sicher sein wird. Also, wenn ich da jetzt nicht den großen Schnitt seinbaue, könnte der Sieg tatsächlich heute gelingen. Nach dem letzten Rennen ist das wirklich wie ein Traum. Also, es läuft aktuell sehr gut für Audis Bolt. Nur mein Teamkollege ist noch nicht ganz auf den Zug aufgesprungen. Also, Philippe, bitte mach doch mal endlich was. Bitte, Master. Du solltest da jetzt wirklich mal anziehen. Wenn ich da unten hingucke, da ist, glaube ich, kein Master in den Punkten. Das wären wieder keine Punkte vor ihm. Und unser Motorjahr, den müssen wir vermutlich nach dem nächsten Rennen austauschen. Aber das nächste Rennen wird Spanien sein. Und dann schon Spielberg. Und ich will natürlich nicht zu Hause austauschen. Ich glaube, das könnt ihr euch... Obwohl, ohne Strafen ist es eh okay. Also, vielleicht dann mit einem kompletten frischen Mutter. Vielleicht Spanien noch einmal mit dem Hinnigen hier durchziehen. Und da ist tatsächlich der Russell bis auf eine halbe Sekunde jetzt hier dran gekommen. Wo nimmt der Junge die Pace her? Wir werden hier immerhin erst da, auch wenn die Pace zum Schluss nicht gestimmt hat. Holen wir uns hier erneut den Sieg. Und das könnte wirklich sehr, sehr wichtiger sein. Denn somit werden wir die Weltmeisterschaftsführung erneut übernehmen. Oder das erste Mal für diese Season? Das war hier heute bei weitem keine klare Sache. Aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Sieg. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Das war die K teeth, die da ist. Was für ein fantastischer Tag für die Seine. Was für ein fantastischer Tag noch nicht. Was für ein fantastischer Tag? Was für ein fantastischer Tag? Yes Leute, guckt euch das mal an, 26 Punkte, selbst die schnellste Rennrunde hat gereicht, Philippe wird nur 12.0 Punkte, das ist schade, denn er ist nachgestartet und dass es da eher für ihn nach hinten gegangen ist, ist natürlich eher bitter, das ist echt schade, aber wir nehmen hier 25 Punkte, wo nehmen wir die Punkte auf einmal, Hamilton Zweiter, lol, 25 Punkte sind wir auf einmal in der Weltmeisterschaft vorne, also wir haben heute alles richtig gemacht und hä, ist keiner von unseren Konkurrenten ins Ziel gekommen oder was, also das ist wirklich sehr überraschend, dritter Platz in der Konstrukteurswem, das ist für mich eigentlich das eigentliche Ziel für diese Season, endlich mal in der Konstrukteurswem nicht wieder nur Vierter werden, ich will endlich gewinnen, wäre natürlich das Beste, aber da kann ich mir ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den Sieg holen werden, weswegen ich da wirklich den zweiten bzw. dritten Platz anpeilen werde. Und ja, ich glaube, das ist ein machbares Ziel und das sollten wir, glaube ich, schaffen. 11.000 Schaden, keine Ahnung, wo ich die mir geholt habe, Master immerhin Spaß mit den Komponenten, also da ist, das ist gut für ihn, das ist sehr gut für ihn, aber natürlich muss er dann auch an seiner Pace arbeiten, denn die geht besser, die geht auf jeden Fall und ich glaube, im Auto steckt aktuell wirklich mehr drin, als Master da rausholt, ich wünsche mir natürlich, ja, das Master da noch ein bisschen besser wird. Jetzt gucken wir mal, hol dir beim Qualifying die Pole Position, das ist natürlich eine schwierige Challenge, wenn ich mir dir die anderen Sachen so angucke, ist natürlich cool, wenn du so Payout wöchentlich 300k bekommst, aber wenn du dann eine Challenge hast, die du vermutlich nie schaffen wirst oder nur zweimal während der Laufzeit dieses Vertrages, dann ist es halt wirklich, soll ich dann wirklich das Risiko eingehen, weil es 300k in der Woche bringt, also da ist das drübere vielleicht noch besser, aber es ist halt eine schwierige Sache, hier das... Ja, den oberen haben wir mit den 200.000 wöchentliches PJ und ja, da wird es halt verdienen in einem Session, 25 Konstrukte, das ist unmöglich, ich meine, da muss ich auch auf Master hoffen, P4 im Qualifying, glaube ich, ist machbar und für heute soll es das dann mal gewesen sein, vielen, vielen Dank für einen krassen Support, guckt euch mal den Kalender an, Spanien, Spielberg, Singapur, Spa, Budapest, das werden alles geniale Rennen, ah, das ist Montessori, Sanford auch noch, ich freue mich auf jeden Fall auf jedes einzelne Rennen und ich hoffe, ihr seid auch dabei, falls ihr es noch nicht habt, würde mich gerne ein kostenloses Abo hier freuen, falls euch meine Videos gefallen, auch gerne über ein Däumchen holen und schaut auch unbedingt gerne auf Social Media vorbei, Instagram, iTunes-Gaming und auch gerne auf TikTok, iTunes-Tobi, macht da gerne die 13k voll, wir sind ganz knapp dran mit 12.600 und ich fühle mich echt freuen auf einen Support, für heute soll es das mal gewesen sein, vielen, vielen Dank, bis morgen oder später und ciao! Bis zum nächsten Mal, 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 bis